Hallo wieder. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir hier ein sehr schönes Sammlerstück von Harry Potter. Das hat 20 Euro gekostet. Reich von meinem Cousin. Noch original die Figur hier drin. Auch umgeöffnet. Hier sehr schönes Bild. Und hier die ersten Seiten ist der Inhalt. Hier geht es weiter mit den ersten Figuren. Der erste Teil. Dann sind die Uniformen. Dann geht es weiter bis zu dem letzten Teil. Und hier sind dann sehr schöne Bilder. Hier hinten steht immer alles drauf. Und ich finde das Buch sehr cool. Und ja. Was sehe ich hier? Das ist bestimmt vom Computerspiel. Die Münzen. Und hier ist die Einleitung. Und hier wird halt alles über die Figuren erzählt. In welchem Jahr das war. In welchem Set die sind. Zum Beispiel jetzt hier. Ist ganz viel Zauberstab. Zubehör. Und so. Welches Jahr. Hagrid. Und hier sind Trolle von der Gringottsbank. Und jetzt habe ich das hier. Ich will es auch nicht weiter öffnen. Weil sonst will ich es den Sammler wert. Und dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.